Kann ich mitfahren? Wo fährst du hin? Kann ich mit dir ein bissel mitfahren? Kann ich mitfahren? Kennst du die zehn besten Supermärkte? Herker, Spar, Pilner, Hofer, Schleiter, Meindl, Adek, Mondo, Löber, Bambam, hast du das gewusst? Kennst du dich? Kannst du dich auch sagen? Kennst du dich nicht? Kann ich mitfahren ein Stück?